hallo allerseits und willkommen heute abend zu einem ganz spontanen kurzen Video aus Jom Jem Ja, das ist doch ein fantastischer Blick hier über den Golf von Thailand. Im Video sehe ich, dass er nicht so richtig die Farben rüberbringt, wir werden jetzt richtig rot, fast orange rotieren. Hier werden die letzten Boote und Setzgies aus dem Wasser geholt. Und das bei satten, ja weiß ich, 28, 29 Grad im Moment. Ja, das ist Jem am Abend hier an der Jem Commercial Bank. Damit euch einen schönen Abend und dann ab morgen, ja morgen ist das Freitag, schönes Wochenende hätte ich fast gesagt. Bye, bye.